Die Customer Support Landschaft verändert sich schnell. Kunden wollen schneller antworten auf ihre Fragen auf jedem Kanal, wann immer sie sie brauchen. Gleichzeitig erwarten die Unternehmen, dass sie Support Teams mit weniger Ressourcen mehr erreichen. Deshalb brauchst du Ultimate, die Automatisierungsplattform für den Kundensupport, die mit dir mitwächst. Unterstützt durch KI, entwickelt für CX. Lerne Ultimate GPT kennen, die neueste Ergänzung unseres Produkts und der einfachste Weg, um mit der Automatisierung zu beginnen. Unser generativer KI-gesteuerte Bot nutzt die innovative Technologie von ChatGPT und lässt sich direkt in dein Help Center integrieren. Kopiere einfach die URL deiner öffentlichen Wissensdatenbank, lass den Bot die Artikel deines Help Centers analysieren und er beginnt innerhalb von Minuten mit der Beantwortung häufiger Support-Anfragen. Du kannst mehrere Wissensdatenbanken verbinden, sowie Standortdaten, den Nutzertyp und andere Sitzungsparameter verwenden, um deinen Kunden das personalisierte Erlebnis zu bieten, das sie sich wünschen. Und du kannst Ultimate GPT ganz allein einrichten. Du brauchst keine Programmierkenntnisse oder IT-Ressourcen. Erziele die schnellste Time-to-Value, während du deinen Kunden eine menschennahe Support-Erfahrung bietest. Und das in ihrer Muttersprache. Du kannst Ultimate GPT als Teil unserer kompletten Produkt-Suite verwenden, mit der du Chat, Tickets und soziale Plattformen automatisierst oder als komplett eigenständiges Produkt nutzt. Und das ohne viel Vorbereitung. Keine Bot-Schulung oder Wartung erforderlich. Schauen wir beispielsweise auf Zenjob, die technisch begeisterte Personalagentur. Durch die Nutzung von Ultimate GPT ist der Anteil der von Bot abgewickelten Konversationen von 32% auf 42% gestiegen. Wir wissen, dass deine Kunden überall Support wollen. Von WhatsApp bis Instagram, von Twitter bis hin zur eigenen Webseite oder Mobile App. So funktioniert unsere Lösung in all deinen textbasierten Messaging-Kanälen. Mit der Chat- und Messaging-Automatisierung kannst du jederzeit und überall für deine Kunden da sein. Um mit Chat und Messaging zu beginnen, verfolgen wir einen datenbasierten Ansatz. Unsere KI analysiert deine historischen Support-Konversationen, um häufige Fragen oder sogenannten Intents zu identifizieren. So erhältst du ein individuelles KI-Modell, welches auf dein Unternehmen zugeschnitten ist und die Sprache deiner Kunden spricht. Dank native Integrationen lässt sich unsere Chat-Lösung nahtlos in dein CRM-System einbinden. Und du kannst mit unserem No-Code Dialog Builder schnell Gesprächsabläufe erstellen. Automatisiere Support-Anfragen vollständig oder nutze die Teil-Automatisierung, um zum Beispiel Kundendaten zu sammeln, benutze definierte Felder zu aktualisieren, zu markieren, weiterzuleiten und vieles mehr. So erhalten deine Agenten die Unterstützung und den Kontext, den sie brauchen, um damit Probleme schneller zu lösen. Du hast die Kontrolle über die Interaktionen, die vollständig automatisiert werden sollen, ob die Aktivierung einer neuen Bankkarte oder die Buchung von extra Gepäck. Mit einem KI-gesteuerten Chatbot kann dein Support-Team problemlos alle Anfragen bewältigen, so wie die führende Fluggesellschaft Finnair, die einen Anstieg des Chatvolumens um 900 Prozent bewältigt hat, ohne ihr Team zu vergrößern. E-Mail ist für viele Unternehmen nach wie vor der am häufigsten genutzte Support-Kanal. Und wenn 57 Prozent der Kunden E-Mail als bevorzugtes Mittel zur Kontaktaufnahme angeben, brauchst du eine Automatisierungslösung, mit der du Tickets abarbeiten kannst. Baue deinen Backlog ab und erhalte einen guten Überblick, indem du dafür sorgst, dass häufige Anfragen wie Rechnungsanfragen und Aktualisierungen von Abonnements gar nicht erst im Posteingang deiner Mitarbeiter landen. Du kannst nicht nur einfache Anfragen mit automatischen Ticketantworten lösen, sondern auch die Prozesse hinter den Kulissen rationalisieren und die Produktivität maximieren, indem Kundendaten im Voraus automatisch erfasst werden. Durch automatisiertes Routing und intelligentes Triaging kannst du Tickets taggen, labeln, mergen und Macros anwenden, damit die durchschnittliche Bearbeitungszeit verkürzt und der Aufwand für deine Mitarbeiter reduziert wird. Mit unserer Lösung zur Ticketautomatisierung erreichte zum Beispiel die Cosmetic-Marke Lush eine sogenannte First-Contact-Resolution-Rate von 60 Prozent und das bei einem CSAT-Wert von 93 Prozent. Um den Nutzen von KI zu maximieren, kannst du API-Integrationen einrichten, um dich mit Backoffice-Systemen und Drittanbietern zu verbinden, zum Beispiel mit deinem Order-Management-System oder deinem Zahlungsdienstleister. Das bedeutet, dass dein Bot Daten aus deinem gesamten Tech-Stack abrufen kann, um durchgängig komplexe Probleme in jeder automatisierten Konversation zu lösen. Mit unserem Low-Code-Integrations-Builder hast du die Flexibilität, diese selbst zu erstellen und wann immer du Unterstützung brauchst, stehen wir dir mit unseren Spezialisten zur Seite. Kundenerfolg ist Teil unserer DNA und unser Team steht dir in jeder Phase deiner Reise zur Automatisierung zur Seite, vom Onboarding und Training bis hin zur Skalierung und Optimierung. Arbeite Hand in Hand mit unseren KI-Experten, um das Beste herauszuheulen. Sie beraten dich persönlich und unterstützen dich dabei, Anwendungsfälle für die Automatisierung zu entdecken, Sprachen hinzuzufügen, um global zu skalieren, sowie in neue Kanäle zu expandieren, um so ein echtes Omnichannel-Erlebnis zu bieten. Um herauszufinden, wie du das Kundenerlebnis verbesserst und den ROI deiner Automatisierung maximierst, kannst du mit unserem Analytics Dashboard die Leistung bis ins kleinste Detail analysieren. Neben Kennzahlen wie der Deflection und der Escalation Rate kannst du den Erfolg der automatisierten Interaktionen bei jedem Schritt eines Gesprächsverlaufs verfolgen. Erkenne Dialoge mit einer hohen Abbruchrate Bereiche innerhalb eines Gesprächs, an denen der Bot keine passende Antwort parat hat. Dies hilft dir dabei, mögliche Verbesserungen so schnell wie möglich zu erkennen und dementsprechend vorzunehmen. Diese Erkenntnisse sind leicht zu verstehen und leicht zu nutzen. So kannst du die Konversation stetig verbessern und ein möglichst natürliches Gesprächserlebnis bieten, während sich die Agenten um die komplexeren Aufgaben kümmern. Das bedeutet zufriedenere Kunden und glücklichere Support-Teams. Es gibt viele gute Gründe, warum führende Marken von Zendesk zu Zalando und von Trade Republic zu TaskRabbit auf uns vertrauen. Unsere KI-gestützte Automatisierungslösung skaliert passend zu deinem wachsenden Unternehmen. Automatisier mit Ultimate die Plattform von Kunden und Customer Support die Medea Mitnext.